Wir sind Lars und Dan. Und wir sind heute im Moviepark Germany. Oh ja. Beim XXL Tube. Können wir kurz ein Foto machen? Ja, ein Foto. Wir müssen noch ein Foto machen. Habt ihr das Foto gemacht? Alles klar. Bis später. Oh mein Gott, guck mal, was die da vorne haben. Nein! Was ist denn los? Das war früher Gotham City. Das war quasi das Batman Ride, als es noch der Moviepark mit Warner Brothers war. Ist okay. Ist okay. Und jetzt hör auf. Ist gut. Ist gut. Komm, wir gehen weiter. Was geht mit dem? Das war früher. Früher, als das hier noch Warner Brothers Movie World war, war das hier. Dieses Gebäude war der Daily Planet. Du weißt schon, als sie die DC-Lizenzen hatten. Und na ja, dass der Daily Planet ist der Ort, wo Superman arbeitet, als Clark Kent. Und ich glaube, das nimmt Lars jetzt ziemlich mit. Ich habe dafür eigentlich kein Verständnis. Ich meine, das ist nur ein Freizeitpark. Und ist ja kein... Lars, alles in Ordnung? Lars! Da kommt er nicht rein. Einfach so. Ja. Aber guck mal, die haben da DC-Artikel. Was? Die haben... Das ist... Die haben noch Warner Brothers Sachen? Was ist hier eigentlich los? Das ist alles so furchtbar, furchtbar verrückend. Die haben... Die haben ja tatsächlich Warner Brothers-Artikel. Die haben Warner Brothers... Die haben Warner Brothers... Die haben Warner Brothers... Oh Gott, da ist es... Die haben auch Marvel-Artikel. Guck dir das mal an. Die X-Men sind hier. Oh, guck mal hier. Das ist ein Comic-Klaven. Das ist ein Comic-Klaven. Hier gibt's ganz viele Batman- und Superman-Artikel. Hier gibt's ganz viele Batman- und Superman-Artikel. Die haben eine Superman-Spardose. Also, ich finde das total cool. Ich finde das total cool, dass es jetzt so einen Shop gibt. Ich dachte, solche Shops gibt's gar nicht mehr. Ja, ich bin all die Jahre nicht mehr hierhin gefahren. Und dachte, das gibt's hier nicht mehr. Und jetzt, wo ich weiß, dass es das hier wieder gibt... Ja. Das war ja früher der Daily Planet, als es noch in Warner Brothers Movie World war. Aber ich dachte... Ich dachte, dann gibt's nicht mehr die Sachen, die es im Daily Planet gab. Aber jetzt gibt's hier. Jetzt gibt's sogar noch mehr. Es gibt sogar Star Wars Sachen hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann so Superman und Batman-T-Shirts. Ja. Weißt du was? Ich hab ne Kreditkarte dabei. Lars! Ja? Ich wollte zu diesem Snackladen. Bist du jetzt soweit? Ja, ich komm gleich nach. Okay. Oh Gott! Hilfe! Oh Gott! Los! Yes! Hey, was geht? Hey, wow, das war echt okay. Hat man Latte überhaupt gesehen? Nee, ich glaub nicht, oder? Das hat man nicht gesehen. Jetzt drücken wir mal voll auf die Blase. Oh Gott, hast du die? Wir stehen hier grad vor dem Filmmuseum und sind immer noch im Moviepark. Wir wissen auch gar nicht, was auf uns zukommt. Ja, aber es ist voll. Es ist ziemlich voll hier. Ja. Wir dachten, wir verteilen ein paar Sticker. Zum Beispiel an die hier. Einfach ein paar Sticker verteilen. Genau. Wenn wir nämlich Sticker verteilen, dann ist das so, wie Politiker das machen. Ja, er vergisst Gesichter. Ein paar Hände schütteln. Und äh... Babys küssen. Babys küssen. Und äh... Hat jemand ein Baby? Hat jemand ein Baby? Oh, wir geben sogar Autogramme. Wir geben Autogramme. Ich kipp's aber richtig rum. Oh, was sagen wir? Love. Denn so heiß ich. Jetzt bin ich dran. Jetzt ist Dan dran. Ich bin Dan. Dann gibt's auch ein Autogramm. Dann bin ich wieder dabei. Ich bin dran mit zum Anbieter. Ein Römer. Fuss claro. Na dann. Da geht's dann. Ich bin dran. Wunderbar. Das ist so ein Neweck. Kommt immer wieder gut an. Diese Frau hat sich nie bei uns revanchiert. Ich hab das Video noch gar nicht bekommen vom Film. Also ist Mr. Freshback schuld. Ja. Sag mal entschuldigen. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid. Ja, ja, mein Koffer. Alles klar. Damit kann man sich auf die Nase gucken. Nein. Ja, ja. Das ist auf YouTube. Buttons. Weiße Buttons. Wer will nochmal? Wer hat noch nichts? Weiße Buttons. Seatake Buttons. Las und Danchow Buttons. Heiße Buttons. Wie ist das? Ein Buttons pro Stück oder zwei pro Stück? oder wenn man ganz verrückt ist. Nur so lange der Vorrat reicht! Ein ganz seltener Mann! Ein ganz seltener Mann! Das ist der absolute Burner! Du hast richtig Eier! Das verrückteste, was man unterschreiben kann! Woher soll ich jetzt einen weißen Rapping nehmen? Scheiße! Ich dachte, du hast einen weißen Rapping mit! Aber keinen weißen Rapping! Alter, mach mit deinem Stermer, Mann! Wie soll ich das denn jetzt so? Hat jemand einen Rapping nehmen? Und einen weißen Edding! Wir brauchen Hilfe! Hilfe! Ein weißer Edding! Wir brauchen einen weißen Edding! Ich glaube, man kriegt immer noch weißen Edding. Oh, super! Oh, der Held der Stunde! Der Held der Stunde! Wie heißt du? Lukas ist der Mann der Stunde! Okay! Prost! Ist mir egal! Okay! Halt sie mal bitte ein bisschen. Du bist ja sowas von draußen! Ich habe einen Last-Name-Show-Sticker! Er findet unsere Show scheiße! Das ist okay! Das ist okay! Das ist ein Freislauf! Das ist okay! Dieser Mann hilft ein Hates! Das ist okay! Das ist okay! Wir müssen mal ein paar positive Worte über Scentech einfangen! Supergeilige Interviewpartner! Superliebe Menschen! Sensationelles Scentech natürlich! Das ist doch allgemein bekannt! Ich finde, ihr habt mehr Niveau als einige deutsche Fernsehproduktionen! Ich glaube, die Aufmachung ist wesentlich professioneller als bei den ganzen anderen YouTubern! Ihr verdient mehr Abonnenten! Scentech TV ist total cool! Ich habe nämlich jetzt auch einen Button bekommen! Ich gucke es jeden Montag und Donnerstag, wenn es rauskommt! Wir haben 80 Euro ausgemacht! Ich muss nochmal zum Automaten! Ich hasse Scentech TV, die sind voll unlustig! Ich habe mich jetzt im Kommentar dieses Video! Ich heiße nicht! Tino sagt, meins ist rot und das ist scheiße, wenn du auch ein rotes hast. Das war ein super Tag, das haben wir ja schon gesagt. Das war echt ein super Tag, es hat Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die ganzen Fans zu treffen. Oh, der blaue Himmel ist wieder dran. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei, oder? Auf jeden Fall. Wenn es das nächstes Jahr noch mal gibt, machen wir das mal. Auf jeden Fall. Entschuldigung, da habe ich dir leid. Zum Auto. Ja, zum Auto. Jetzt sagen mir noch alle Tschüss, Movipark. Ach Gott, ich bin so im Arsch. Ich glaube, das filmt immer noch. Once sehen wir uns! Schön Du ziehst du dieser Menschen mit einer Bestandげ service oder führen wollen? Als Sie deswegen ein bisschen sie künstelt, Bis zum nächsten Mal.